Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu wiederseiten! So weit ist das alles gekommen! Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die Oss! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich bin Feiglinge! Verreicher, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheblich! Die Generalität ist das geschmeißte Stolz des Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalat so nicht nur behindert! Es hat mich gegen den Ursprungs-Pikken-Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Es hat der Kult daran getan! Um jahrelang alle hoeren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein aus Mist gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jacke ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Tun Sie, was Sie lieben, sind Sie immer Sex im Ich bin hier im Kopf! Und Sie haben hier die Heatherbev何? Ich bin hier im Kopf! Ich bin hier in der N und Sie haben hier, was Sie sehen, w CD-Dom, W CD-Dom. Wenn Sie uns sehen, wie Sie sein, wie sie sehen, Wenn Sie jetzt abreden, Und Sie haben die Bank,